Musik Ja, einen schönen guten Tag hier im österreichischen Journalistenclub zu einem Thema, welches am morgigen Samstag aktuell sein wird, nämlich der 50. Geburtstag von Julian Assange, aber über den wollen wir eigentlich weniger reden, als über Grundrechtsfragen und Menschenrechtsfragen, die damit wohl verbunden sind. Und ich freue mich, da jetzt zwei Gäste zu haben, die, wenn meine PowerPoint dann noch funktioniert, jetzt, die sich auch selbst vorstellen werden. Wer denn? Das erste ist der Professor Dr. Nils Melzer, er ist Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für Folter und Buchautor seit Neuestem und wird sich jetzt selber ein bisschen vorstellen, was sie so tun und was sie lassen und was sie machen. Er kommt aus der Schweiz, es war gar nicht so einfach zu wissen, kommt er aus der Schweiz, kommt er nicht aus der Schweiz. Nachdem die Schweizer ja noch immer nicht ganz Mitglied der Europäischen Union sind, ist das etwas schwierig, das immer zu wissen. Aber Herr Melzer, Sie stellen sich ja selber vor, würde ich sagen, vorstellen. Herzlichen Dank, Herr Dr. Nürnberg. Ich bin aus der Schweiz gekommen. Ich weiß nicht, ob ich aus der EU gekommen bin. Nein, das sind Sie nicht. Genau. Aber aus Europa. Richtig. Ja, also herzlichen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Nils Melzer. Ich bin im Moment der Inhaber des Mandats, des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen für Folter und andere grausame, unmenschliche und entwürdigende Behandlung oder Bestrafung, das ist der vollständige Titel, geht im Grunde genommen um Folter und Misshandlungen aller Art. Ich übe das auf drei verschiedene Arten aus. Ich mache keinen langen Vortrag, aber dass Sie ein bisschen verstehen, worum es hier geht. Das ist ein Mandat, man ist also ernannt von den Staaten, um den Staaten Bericht zu erstatten über die Einhaltung des Folterverbots durch die Staaten. Und ich mache das, indem ich Länder besuche und die Gefängnissysteme vor allem analysiere, das Rechtssystem und so weiter in Bezug auf die Einhaltung des Folterverbots. Ich interveniere auch für Individuen, also Folteropfer, ihre Angehörigen, ihre Anwälte, NGOs können mich kontaktieren und mich bitten, da im Interesse zum Schutz dieser Personen bei den Regierungen, verantwortlichen Regierungen zu intervenieren. Kann um Todesstrafe, Verhinderung gehen, Folter und so weiter, Auslieferungsverhinderung. Das ist sicher Julian Assange, ist ein ganz prominenter Fall, wo ich das gemacht habe. Und das Dritte ist, dass ich verschiedene Themen auf die Agenda setzen kann, indem ich Berichte schreibe zu gewissen allgemeinen Themen, die wichtig sind für die Verhinderung der Folter weltweit. Und so kann ich das in den Vereinten und Nationen thematisieren. Sonst bin ich Universitätsprofessor, ich unterrichte in Genf und in Glasgow. Und in den restlichen zwei Minuten, die mir noch bleiben im Tag, versuche ich, mich meiner Familie zu widmen. Einer meiner Vorgänger sitzt neben mir, Manfred Nowak. Ich denke, der kann uns sicher auch ein Lied davon singen. Ich kann es nicht übernehmen und gleich weitergeben. Können Sie durchaus. Nee, kann ich nicht, bitte. Also, der zweite Bunde ist Professor Nowak, Universitätsprofessor Nowak, ein früherer Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen, Rechtsprofessor, Menschenrechtsaktivist. Aktivist kann man nicht sagen, weil Menschenrechtsjurist zumindest von vielen Jahrzehnten. Aber Sie stellen sich auch selber vor. Auch mich freut es sehr, dass ich hier sein darf. Schönen Nachmittag. Ja, ich bin Hauptberuflich, wie es da steht, Generalsekretär des Global Campus auf Human Rights. Das ist ein Netzwerk von 100 Universitäten mit dem Hauptquartier in Venedig. Aber wir machen sieben Masterprogramme in allen Regionen der Welt. Daneben bin ich auch in Wien, weiter an der Uni Wien und an der Universität für Angewandte Kunst, wo ich vor kurzem meinen neuen Master, Vienna Master of Arts in Applied Human Rights, begonnen habe, wo wir Kunst und Menschenrechte verbinden. Wir haben auch gerade das Wiener Forum für Demokratie und Menschenrechte gegründet, wo wir alle möglichen Themen, die uns heute beschäftigen, aufnehmen. Ich war lange Zeit in verschiedensten Funktionen in der UNO, insbesondere für das Erzwungene verschwinden lassen. Ich habe lange in Bosnien und Kroatien, also Ex-Jugoslawien gearbeitet dort während des Krieges und auch kurz danach war auch Richter dort. Aber wahrscheinlich die bekannteste Funktion war von 2004 bis 2010 eben Sonderberichterstatter über Folter. Ich selbst, mein Name ist der Letzte da unten. Ich bin Journalist schlicht und einfach, also nicht so gebildet wie die beiden Universitätsprofessoren. Ich habe zwar einen echten Professor, titel ich nur einen unechten, aber das ist der Unterschied zwischen uns feiern. Warum wir das machen und was mir auch ganz wichtig ist, ich habe über 30 Jahre, 33 Jahre diesen Journalistenklub hier geleitet, wo wir uns gerade befinden, bin jetzt in Pension gegangen, man sieht es an die grauen Haare. Es ist aber wichtig, dass gerade auch Journalistinnen und Journalisten sich mit diesen Fragen der Grund- und Freiheitsrechte beschäftigen. Wir werden heute sehen, wie tief das in den Journalismus hineingeht und deshalb führen wir diese Veranstaltungen auch durch. Das wird auch nach meiner Präsidentschaft so sein, wie man heute sieht. Warum ich es moderiere, ist einfach das, weil wir schon länger Kontakt untereinander halten und uns da ein bisschen kennen. Und da ist es leichter sozusagen, also ich mache das als einer, der sich wieder einlesen muss in die ganze Materie. Wir werden über Journalismus heute noch genug sprechen, auch über die Probleme, die der Journalismus hatte in diesem Bereich. Und das wird eines der Hauptthemen sein, aber nicht nur, weil diese Grund- und Freiheitsrechte weit darüber hinausgehen, als nur die Pressefreiheit, nur ist ein bisschen eigenartig, wenn das ein Journalist sagt, aber nur die Pressefreiheit betreffen. Das ist unser Einstieg. Ich zeige Ihnen jetzt ein Video. Das ist dieses berühmte Video, diese Geschichte, diese Schießerei vom Hubschrauber aus in Bagdad, glaube ich, war das, 2007. Die Ursache der ganzen Geschichte. Wir haben dieses Video bewusst auf eine Minute hinuntergekürzt, deshalb, weil ich Ihnen nicht die ganzen Grauslichkeiten dieses Video zumuten wollte. Eine zweite Sache natürlich aus Zeitgründen. Wir schauen jetzt aber mal in dieses Video hinein. Stehlords von 3线. Wir sind unterstattet. Dein. 2-6. Wir gehen. Oh, es ist alles wie gut. Was auf der Fall, du bist es? All right. I hit ihm, ich habe ... BVAC BOMGO-CHUCK in Brot. Puck! Request Up to Engage! Bushmaster 7, roger. This is Bushmaster 7, Roger, Engage! 1-8, Gage. Clear. Ja, mehr wollte ich Ihnen fürs Erste nicht zumuten, aber es zeigt die Situation, in der wir sind. Also es wird veröffentlicht von Whistleblowern, Journalisten nehmen dazu Stellung. Es gibt dann interessanterweise eine Agenturmeldung drei Jahre später von der APA und von der AFP. Da habe ich Ihnen einen Ausschnitt herausgenommen, nämlich die beiden wichtigsten Sachen, dass das ihm jemand vermittelt hat. In dem Fall noch der Herr Manning, der später eine Frau wurde. Und im zweiten Teil, dass das Weiße Haus, und das ist interessant in dieser Meldung, die Bilder bereits als schockierend bezeichnet hat. Das ist ja schon in der Diplomatensprache, aber das werden uns dann die beiden Diplomaten wahrscheinlich auch erklären, was das bedeutet. Das ist sozusagen die Ausgangssituation der ganzen Geschichte daraus. Den Fall Assange kennen Sie wahrscheinlich zum großen Teil. Den brauchen wir nicht nachvollziehen. Das heißt, es geht hier darum, dass an die Öffentlichkeit Material gekommen ist, was ein Staat nicht wollte. Ich würde das einmal so formulieren. Und weil das der Staat nicht wollte, hat der Staat alle Möglichkeiten, die er hat, genutzt, um das zu verhindern, beziehungsweise auch die Menschen daran zu hindern, diese Sache zu veröffentlichen. Herr Melzer, Mikrofon werden Sie brauchen. Genau, was genau ist die Frage? Die Frage ist, warum ein Staat eigentlich diese Reaktionen dann nutzt, von der Verleumdung über alles, was Sie in Ihrem Buch und Ihren Recherchen auch genutzt haben, um sozusagen zu versuchen herauszukommen aus der, sagen wir mal, auf wienerisch beschissenen Situation. Ja, ich denke, was wir hier natürlich sehen in diesem Video, ist ein ganz kleiner, kleiner Ausschnitt dessen, was jeden Tag gelaufen ist in diesem Krieg. Und ich meine, wenn man nur schon denkt, wie dieser Krieg begonnen hat und aufgrund welcher Informationen der begonnen hat. Da waren ja diese Behauptungen von Massenvernichtungswaffen im Irak. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen wissen, woher diese Informationen gekommen sind. Die wurden erfoltert. Und das war ein Folteropfer, das einfach nichts wusste, nichts zu sagen hatte und gefoltert wurde und dann eine Geschichte erfunden hat, um die Folter zu beenden. Also es ist wirklich eines der schlagendsten Beispiele für den Unsinn und die Grausamkeit, aber auch die Sinnlosigkeit dieser Verhörmethode der Folter. Er hat also diese Geschichte erfunden von Al-Qaida-Verbindungen in den Irak. Jeder, der den Islam ein bisschen kennt und die verschiedenen Richtungen, weiß, dass das unsinnig ist, dass da die verschiedenen Richtungen, also das irakische Regime nie mit Al-Qaida zusammengearbeitet hätte. Einfach um aufzuzeigen, das kommt schon aus der Folter heraus. Das hat diesen Aggressions- und Angriffskrieg dann ausgelöst. Und der hat natürlich auf, natürlich wurden die Amerikaner nicht als Befreier wahrgenommen. Auch ich verteidige nicht das irakische Regime, aber so wie die Amerikaner vorgegangen sind, wurden sie als Aggressoren auch von der Bevölkerung wahrgenommen. Sehr schnell hat sich dort die Situation umgekehrt, dass natürlich auch die amerikanischen Soldaten ständig unter Bedrohung waren. Und das hat dann dieses fast schon klassische Szenario gegeben von einer feindlichen Besatzungsmacht, die hier diesen unmenschlichen Krieg auf jeden Tag auf diese Art und Weise geführt hat. Was wir hier sehen, man muss fairerweise sagen, wenn man das Ganze im ganzen Film sieht, man sieht einige Zivilisten, die doch eine Waffe tragen. Das war aber damals in Bagdad normal. Die Amerikaner mussten sogar der Zivilbevölkerung formell erlauben, dass sie diese sogenannten Kalaschnikows, diese Sturmgewehre, in privaten Haushalten zum Selbstschutz haben durften, weil mit der Besatzung der Amerikanischen eigentlich die Staatsordnung zusammengebrochen ist und es sofort zu Plünderungen kam von organisierten Kriminellen und ehemaligen Soldaten. Die Amerikaner haben den Zivilisten also erlaubt, zu Hause diese Kalaschnikows zu haben, die man dann auch sehr früh in dem Video sieht, bei zwei dieser zehn Leute. Das war also keine Grundlage, um diese anzugreifen, diese Menschen. Also ich werde hier keinen langen Vortrag halten, aber was ich ganz wichtig finde, was Sie hier gesehen haben, vor allem der zweite Teil des Videos, wo ein Bus angegriffen wird, da geht es darum, dass zwei Zivilisten als Lebensretter einen verwundeten Reuters-Journalisten in den Bus tragen wollten. Also es war ganz klar, dass hier nicht eine Angriffshandlung vorhanden ist, keine Gefahr davon ausgeht. Die wurden ganz gezielt getötet, das haben wir jetzt gesehen, aber auch im Vorspann, das man jetzt hier nicht gesehen hat, die Konversation, es ist klar zwischen dem Kommando und der Hubschrauberbesatzung, sie wissen, dass der verwundet ist, sie wissen, dass es nur darum geht, dass der gerettet werden soll. Und nach humanitärem Völkerrecht ist das absolut verboten. Selbst wenn das ein bewaffneter Kämpfer gewesen wäre vorher, wenn er mal verletzt ist, ist er geschützt. Seine Rettung darf nicht verhindert werden, ganz sicher nicht, auch ganz sicher nicht auf diese Art und Weise. Das ist eindeutig ein Kriegsverbrechen, das möchte ich einfach mal ganz klarstellen. Und das zu vertuschen, darum geht es hier natürlich. Genau. Es ist auch so, dass man in diesem Video davor sieht, einen Fotografen mit einem längeren Objektiv, wo dem auch dann untersagt wird, dass er eine Kalaschnikow trägt, was aber nicht der Wahrheit entsprochen hat, wo Sie es auch erkannt haben im Video, dass es nicht so ist, aber trotzdem weiter gehandelt haben. Darf ich noch ganz kurz was dazu sagen? Ich möchte, mir ist es ganz wichtig, dass man das objektiv und fair analysiert. Was wir hier sehen, das sieht so aus, wie wenn der Hubschrauber in 100 Meter Distanz wäre. Das ist nicht so. Der war etwa eine Meile entfernt, also etwa 1,6 Kilometer. Da sieht man nichts von bloßem Auge. Also die Soldaten haben nichts, das ist eine Kamera, die das aufgenommen hat mit einem Teleobjektiv vom Hubschrauber aus. Das ist, was die Soldaten gesehen haben. Die haben nicht mehr gesehen, als was wir hier sehen. Und was man auch fairerweise sagen muss, die mussten sofort reagieren. Die haben sich das nicht 15 Mal angeschaut, bevor sie entschieden haben, ob es eine Kamera oder ein Kalaschnikow war. Also da muss man schon sagen, Fehler können geschehen. Aber dass man nachher einen Verwundeten ermordet, das ist nicht einfach an Versehen. Das ist ganz klar. Kriegsverbrechen. Herr Nowak, diese Fälle gibt es schon länger ja auch. Also wir werden uns ja nachher auch ein bisschen mit der Geschichte der Folter beschäftigen. Wie beurteilen Sie solche Einsätze aus Ihren Erfahrungen her? Also nicht so aktiv, so nahe dran wie der Herr Melzer. Naja, das war ja zur Zeit, wo ich Sonderbericht der Stadtüberfolter war. Das heißt also, ich bin 2004 ernannt worden. Das war die Zeit, wo der sogenannte Krieg gegen den Krieg war. Aber das Video haben Sie noch nicht gekannt in Ihrer Zeit. Das Video habe ich damals nicht gekannt. Aber die Frage ist ja, wie ich das so insgesamt beurteile. Also 9-11 und als Reaktion der sogenannte Krieg gegen den Terror, den die Bush-Regierung ausgerufen hat, war schon eine wirkliche Zeitenwende. Das hat wirklich was verändert, weil die USA und mit ihnen aber auch europäische Verbündete einfach ganz bewusst gesagt haben, wir ziehen nun jetzt die Glacé-Handschuhe aus und wir werden Methoden anwenden, die wir bisher nicht angewendet haben. Und dadurch, das hat auch dann unter anderem dazu geführt, dass dieser Krieg in Irak geführt wurde. Ich habe die Leute zum Beispiel interviewt, die in Abu Ghraib gefoltert wurden und habe deren Aussagen gehört. Es wurde mit allen Mitteln, wir haben Quantanamo B, damals untersucht, 2005, 2006, den Bericht veröffentlicht. Das heißt, es war sehr, sehr klar, dass sich die Vereinigten Staaten von Amerika damals ganz bewusst außerhalb der Völkerrechtsgemeinschaft gestellt haben. Die haben ja sogar gar gesagt, die amerikanische Verfassung sei nicht anwendbar, um einfach einen rechtsfreien Raum zu schaffen, wo sie dann jene Personen, von denen sie angenommen haben, dass sie möglicherweise Terroristen seien und ein Großteil der Leute, die in Guantanamo zum Beispiel festgehalten wurden, haben mit Terrorismus überhaupt nichts zu tun gehabt, aber die eben dann außerhalb der Rechtsordnung behandeln konnten. Und der Irakkrieg war ja dann irgendwie eine gewisse Folge. Wir haben ja vorher den Afghanistan-Krieg gehabt, der war noch völkerrechtlich gerechtfertigt, weil man gesagt hat, das Taliban-Regime hat Al-Qaida Schutz gewährt und von dort aus ist ja auch der Angriff auf das World Trade Center gestartet worden. Also da war man noch innerhalb auch des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Beim Irakkrieg war das einfach nicht mehr der Fall. Also der Sicherheitsrat hat klar gesagt, auch die Vereinten Nationen, das ist ein Angriffskrieg, ein ganz normaler Angriffskrieg der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten gegen den Irak. Und dort wurden viele, viele Kriegsverbrechen begangen. Aber es war schon zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich auch die amerikanische Armee schon ihre auch bisherige Zurückhaltung aufgegeben hatte, weil einfach ganz bewusst man gesagt hat, im Kampf gegen den Terror gelten die klassischen Regeln des Rechtsstaates nicht mehr. Hier müssen wir mit anderen Methoden agieren. Und das habe ich alle die sechs Jahre ständig eigentlich gespürt, auch bei den Verbündeten, ob das jetzt Jordanien war oder andere Staaten, die ich besucht habe, wo immer dann gesagt wurde, aber wenn die Amerikaner einfach alle, wenn die Amerikaner foltern, warum sollen wir nicht auch foltern? Wir haben auch Terroristen, die wir bekämpfen. Also das heißt, gefoltert wurde immer. Wir können über die Geschichte der Folter reden. Gefoltert wurde immer, aber es wurde auch immer versucht, das zu verduschen, weil Staaten gewusst haben, das ist absolut verboten. Und das ist das wesentlich Neue, dass die amerikanische Regierung, auch die amerikanischen Medien versucht haben, Folter zu relativieren, das absolute Folterverbot zu relativieren und zu sagen, in so außergewöhnlichen Zeiten, Ticking-Bomb-Szenario und so weiter, sei Folter auch erlaubt für ein höheres Gut, nämlich die Sicherheit der amerikanischen Bevölkerung zu gewährleisten. Und das hat unheimlich negative Auswirkungen, mit denen wir bis heute kämpfen, für das Folterverbot weltweit. Das heißt, wir haben 2011 den Rechtsstaat verlassen als westliche Welt. Kann man das salopp so formulieren? 2001. 2001, ja. Ja, wir haben, also wie gesagt, zuerst war es wirklich die Vereinigten Staaten von Amerika, aber es ist dann doch, wir haben das mit diesen ganzen Rendition-Flügen, mit den geheimen, diesen sogenannten Black Sides, es gab es ja auch in Europa, es gab es in Rumänien, das ist alles nachgewiesen, in Polen, in Litauen, möglicherweise auch im Kosovo, wo es einfach wirklich geheime CIA-Zentren gegeben hat, wo gefoltert wurde etc. Das heißt, und da kann mir niemand sagen, das hätten die Europäer nicht gewusst, also das waren nicht nur Geheimdienstoperationen, sondern man kann nicht einfach ein Lager einrichten in Polen, ohne dass der damalige Präsident Krasniewski davon gewusst hätte, das gibt es einfach nicht. In dieser Zeit, wenn die Powerpoint weiterspringt, das ist also die Zeit, wo der Assange aktiv wurde und gemeint hat, er muss diese Geheimnisse der amerikanischen Armee veröffentlichen, aus verschiedenen Gründen. Ist sowas jetzt ein Rechtsvergehen, jetzt frage ich die Juristen, also ist es sozusagen strafbar, Geheimnisse unter Anführungszeichen einer Armee, wenn sie Kriegsverbrechen macht und damit eigentlich gegen die Charta der Vereinten Nationen verstößt, zu veröffentlichen oder nicht zu veröffentlichen? Herr Melzer oder Herr Nowak, wer möchte? Ja, also ich denke, das muss man ein bisschen differenziert anschauen. Also muss ich zuerst mal vorstellen, was wird da veröffentlicht? Sind das private Informationen über Gesundheitszustände und so weiter oder private Informationen, die nicht von öffentlichem Interesse sind oder sind es Informationen, die von öffentlichem Interesse sind? Wenn es darum geht, Beweise für Kriegsverbrechen zu veröffentlichen, das ist ganz klar. Also ob es Kriegsverbrechen sind, Menschenrechtsverletzungen, überhaupt rechtsverletzendes Verhalten von Behörden, da gibt es ein inhärentes öffentliches Interesse, darüber informiert zu werden. Das ist ja das Wesen des Rechtsstaates, dass die Behörden vom Recht geleitet und überwacht werden müssen. Also müssen Missstände auch veröffentlicht werden. Und dann ist natürlich die Frage, als Journalist hat man ja keine Schweigepflicht. Das könnte allenfalls dem entgegenstehen. Da kann man sich ja fragen, was könnte dem entgegenstehen? Also zum Beispiel als Angestellter der Behörden, als Beamter, als Soldat, könnte man eine Schweigepflicht haben, eine Vertraulichkeitspflicht, die dann ein Dilemma kreiert. Und das muss man dann abwägen. In meiner Analyse, auch dort, wenn es darum geht, Missverhalten, illegales Verhalten der Behörden offenzulegen, kann es keine Schweigepflicht geben, sondern im Gegenteil müsste es eigentlich eine Anzeigepflicht geben. Genau, aber ich werde messen. Ich würde es genauso sehen. Natürlich muss man schon abwägen, es kann zum Beispiel Geheimhaltungsinteressen geben, wenn es darum geht, Menschenleben zu schützen. Das heißt also, wenn ich durch die Veröffentlichung von Namen etc. Leute wirklich gefährde, die dann mögliche Opfer von Anschlägen werden könnten, da muss man aufpassen, man muss immer abwägen. Aber im Prinzip, wenn man sich auch diese Dinge anschaut, geht es ja nicht darum, dass ich hier Menschen gefährde, sondern dass ich etwas aufzeige, wo eigentlich dann die Vereinigten Staaten die Verpflichtung gehabt hätten, einzuschreiten. Nämlich die Personen, die hier klar auch identifizierbar sind, zur Rechenschaft zu ziehen, strafrechtlich zur Rechenschaft zu ziehen. Und das ist nie geschehen. Genau, gelaufen ist es eigentlich umgekehrt. Der Journalismus würde, warte mal, das war jetzt mein Finger zu schnell, der Journalismus wurde kriminalisiert in Wirklichkeit und die Opfer wurden zu Tätern gemacht und umgekehrt. Das heißt, warum geschieht so etwas? Wieso kann so etwas im Rahmen der Vereinten Nationen geschehen? Wenn man sich das schöne Bild der Vereinten Nationen vorstellt. Naja, im Rahmen der Vereinten Nationen. Die Vereinten Nationen haben, glaube ich, sehr, sehr viel gemacht, um hier das öffentlich zu machen. Also zum Beispiel, noch während ich in der Funktion war, wir haben gemeinsam Quantanamo aufgezeigt, als erste internationale Untersuchungskommission. Wir haben gemeinsam in 66 Ländern geheime Haft im Kampf gegen den Terror aufgezeigt. Es gibt einen eigenen Sonderberichterstatter über die Freiheit der Meinungsäußerung und so weiter, die das ja alles angeklagt haben. Die Frage ist, gegenüber einer Supermacht wie den Vereinten Staaten von Amerika, ist man als unabhängiger Experte oder Expertin der Vereinten Nationen nicht sehr, sehr powerful. Aber das ist eine andere Frage. Das heißt, die Vereinten Nationen haben schon viel getan, um diese Verbrechen aufzuzeigen und die Vereinigten Staaten aufzufordern, Maßnahmen zu ergreifen. Ich habe auch am Schluss meiner Amtszeit war Obama schon Präsident. Wir haben also sehr, sehr deutlich auch gegenüber der Obama-Administration gemacht, ihr habt eine rechtliche Verantwortung, all diejenigen, die diese Verbrechen begangen haben, insbesondere Folter, nach der Folterkonvention rechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Obama wollte ein Präsident aller Amerikaner sein und sich ja nicht anlegen mit Bush, Schramsfeld und Cheney und Konsorten, aber das war seine politische Entscheidung. Er hat, und das habe ich auch sehr deutlich damals auch gemacht, er hat damit seine Verpflichtungen nach der UNO-Kommission gegen die Folter verletzt. Ganz klar. Wenn ich da noch dazu sagen kann, nicht nur das, das wäre ja dann die Verletzung der Menschenrechte, aber nach den Nürnberg-Prinzipien, als Vorgesetzter, als Kommandant der amerikanischen Streitkräfte, hat er sich auch strafrechtlich verantwortlich gemacht. Weil ein Kommandant kann natürlich sich verantwortlich machen, wenn er Kriegsverbrechen befiehlt, aber auch wenn er sie nicht befiehlt, sondern sie nur toleriert, oder im Nachhinein davon erfährt und nichts unternimmt, um die Verantwortlichen zu bestrafen. In allen drei Fällen macht er sich selber strafbar. Es geht aber ja weiter in die USA. Auf dem Bild sieht man ja deutlich, dass es ja der Engländer zuwider ist, der Polizist da vorne, weil er englische Mützen trägt. Das heißt, es wurde ja nicht nur die USA in Geißlerhaft genommen, wenn man das so formulieren will, sondern auch Großbritannien, auch Schweden und andere Länder. Jetzt hört man wieder, wir sind ein Rechtsstaatssystem. Also die Europäische Union ist ein System des Rechtsstaates. Und dann sieht man solche Aktionen, also von Verleumdungen, falschen Informationen, was auch immer. Ich habe das im Einstieg schon gesagt, die Geheimdienste arbeiten gut und gründlich. Wieso kann man da nichts machen? Also ich verstehe nicht, dass ich als Journalist nicht viel machen kann, außer es hin und wieder mal zu schreiben, das verstehe ich. Aber ich habe keine rechtliche Funktion. Kann ich den Polizisten verhaften gehen, der dort steht? Wieso kann das aber ein Sonderberichterstatter nicht machen? Und warum kann das auch von mir aus die Europäische Union nicht machen? Ich darf Herrn Schweizer nichts fragen über die Europäische Union, aber zumindest der Sonderberichterstatter. Also ich bin auch gespannt, was Herr Nahrer da zu sagen hat. Aber ich denke, das Erste ist mal, also wenn wir von UNO sprechen und von Rechtsstaaten, das sind Idealvorstellungen. Das sind Zielvorstellungen. Aber die Wirklichkeit ist halt anders. So erstmal, die UNO, was ist die UNO? Das ist eine Organisation von Staaten. Das ist nicht was anderes als Staaten. Das sind nur Staaten, die sich zusammen organisiert haben und eine Organisation gegründet haben für Staaten, die die Interessen der Staaten vertreten. Also das ist eine Staatenorganisation. Und was man dort hat, so ist der kleinste gemeinsame Nenner. Politisch ist das unglaublich stark kontrolliert von den mächtigen Staaten. Die Sonderberichterstatterfunktion ist sehr spannend, weil sie eine Unabhängigkeit auch innerhalb der UNO genießt. Und da sehen Sie dann auch die Unterschiede zwischen Angestellten der UNO, die in der Hierarchie sind. Die sind sehr schnell nicht mehr fähig, politisch ungenehme Botschaften zu verbreiten, während die Sonderberichterstatter als unabhängige Experten während des Mandats halt wirklich nicht beeinflusst werden dürfen, selbst von der UNO, selbst vom Generalsekretär, von der Hochkommissarin der Menschenrechte. Und deshalb sind wir, waren ja halt eher in der Lage, Klartext zu sprechen. Aber ich denke, und das möchte ich hier auch noch sagen, auch beim Rechtsstaat, nicht wenn der Staat Partei wird eines Rechtsstreits, dann funktioniert das eben nicht mehr. Der Rechtsstaat funktioniert, wenn wir zwei uns streiten, nicht und der Staat ist unabhängig, also neutral steht dem gegenüber, dann kann er objektive Regeln durchsetzen. Aber sobald der Staat sich als Partei fühlt, weil er sich bedroht fühlt, dann funktioniert der Rechtsstaat natürlich nicht. Das ist wie wenn der Schiedsrichter auf dem Fußballfeld eigentlich seine Nationalpartei da pfeifen müsste. Das macht er natürlich nicht. Das ist ein Grundprinzip. Das heißt, der Staat kann nie ein Rechtsstaat sein? Im Staatengefüge, nicht im Privatgefüge. Die Gefahr ist einfach enorm groß, dass der Rechtsstaat ausgehebelt wird, sobald der Staat seine Interessen bedroht sieht. Das heißt, um es noch einmal einzugrenzen, solange ich jetzt mit Ihnen einen Zivilstreit haben werde, wäre man vermutlich, entweder sagen wir, der Richter war blöd oder das Ergebnis ist positiv. Aber es passiert sozusagen nichts. Wenn aber Staaten untereinander kommen, sieht die Welt anders aus, oder? Ja, und vor allem, wenn der Staat gegenüber Privatpersonen oder Organisationen dort seine Interessen bedroht sieht. Weil er auch mehr Mitteln hat. Also dort, ich meine, in anderen Staaten, wo Korruption verbreitet ist, dann ist schon der Zivilstreit natürlich sehr schwierig, das fair hinzukriegen. Aber in demokratischen Rechtsstaaten funktioniert das, solange der Staat seine Interessen nicht bedroht. Warum ich die Frage gestellt habe, und wir kommen jetzt ein bisschen tiefer noch. Es gibt ja auch in Österreich relativ vernünftige Juristen, die sagen aber, Großbritannien ist ein Rechtsstaat, Schweden ist ein Rechtsstaat. Deshalb funktioniert das Verfahren gegen Assange zum Beispiel rechtsstaatlich. Da sind Sie aber an der Meinung, merke ich, oder? Ja, also ich war der Meinung, ich habe das erwartet und wollte mich zuerst auf den Fall auch deshalb nicht einlassen. Ich dachte, ja, der ist in Großbritannien, das wird schon gut gehen. Aber ich habe es untersucht und ich kann heute also sagen zu 100 Prozent, dass es nicht der Fall ist. Das ist kein rechtsstaatlicher Prozess, mit dem man gemacht wird. Das ist auch nicht der einzige Fall. und das ist auch nicht das einzige Land, wo das so wäre. Das wäre in Schweden so, das wäre in anderen Fällen auch in der Schweiz und in Deutschland oder ich nehme an, auch in Österreich so. Ich habe jetzt keinen österreichischen Fall untersucht. Aber ich denke, das ist wichtig zu sehen. Das sind auch nicht einfach böse Staaten und gute Staaten. Das sind Menschen, wie sie funktionieren, wenn sie nicht genügend beaufsichtigt werden. Das sehen Sie auch auf einer Autobahn, wenn Sie keine Radarkontrollen haben oder so, nicht? Also ich würde das ein bisschen relativieren wollen. Ich glaube schon, also du bist halb Schwede, ich habe in Schweden gelebt. Für mich ist Schweden ein Rechtsstaat. Also in allem und auch dann, wenn der Staat selbst Partei ist, wie im Strafverfahren, kann ich mich auf die schwedische Justiz, glaube ich, verlassen. Während ich Sonderberichterstatter war, habe ich sehr viel mit der schwedischen Regierung zu tun gehabt, weil es zwei ganz bekannte Fälle gab von Ägyptern, die von der CIA in Schweden mit Mithilfe, aktiver Mithilfe der schwedischen Polizei, der schwedischen Behörden, des schwedischen Geheimdienstes festgenommen wurden und mit ganz schwachen diplomatischen Zusicherungen nach Ägypten ausgeliefert wurden, dort schwerstens gefoltert wurden und ich diesen Fall neben anderen mit behandelt habe und die schwedische Regierung auch wirklich sehr, sehr stark gedrängt habe, dass sie ihre Verantwortung wahrnehmen müssen und diese beiden wieder zurückholen. Das ist nach langem hin und her gelungen. Die sind dann wirklich, konnten wieder nach Schweden einreisen. Aber das sind einfach, und das ist das, was ich vorher gemeint habe, im sogenannten Kampf oder Krieg sogar gegen den Terror, dort haben auch europäische Staaten einfach ihre rechtsstaatlichen Prinzipien über Bord geworfen. Ich habe das gleiche in England erlebt. Ich habe auch in England gelebt. Für mich war England immer so einer der Rechtsstaaten überhaupt. Die Rule of Law, der Ausdruck und so weiter, die Geschichte kommt aus der Bill of Rights noch aus dem 17. 18. Jahrhundert aus England. Wie ich dort mit den britischen Behörden einfach auch versucht habe, dass Leute, die des Terrorismus verdächtig waren, eben nicht in Länder wie Jordanien ausgeliefert werden, wo sie sicher gefoltert oder gedötet worden wären, hat mir der damalige Innenminister unglaublich von oben herablassend behandelt und einfach dann gesagt, aber wir reden hier über ganz was anderes. Wir reden über die Sicherheit Englands und da ist mir alles andere wurscht. Das ist das Wesentliche. Ich als Innenminister bin dafür verantwortlich, dass die Briten geschützt werden und was mit dem in Jordanien passiert, ist mir egal. Aber trotzdem würde ich sagen, dass England ein Rechtsstaat ist, weiterhin ein Rechtsstaat ist, aber das ist eben das Besondere an diesen Fällen. Wo immer jetzt das Wort Terrorismus hereinkommt, plötzlich werden andere Maßstäbe angelegt und deswegen ist auch der Fall Assange so wichtig. Ich bin einfach auch nach deinen Recherchen und alles, es ist für mich einfach unglaublich, wie sehr die Schweden und die Briten hier einfach den Rechtsstaat außer Kraft setzen. Warum? Weil sie von den USA massiv unter Druck gesetzt werden. Und wenn ich da vielleicht noch ergänzend sagen fange, ich finde es auch noch wichtig, dass es nicht nur um den Fall Assange geht. Wenn Sie den deutschen Fall von Khaled el-Masri heißt er, glaube ich, der gefoltert wurde, das ist ein deutsch-libanesischer Doppelbürger, der entführt wurde in Mazedonien, glaube ich, damals und in Afghanistan von der CIA gefoltert wurde, bis sie gemerkt haben, sie haben den Falschen. Und das haben sie dann selber anerkannt und haben den aber dann nicht entschädigt und nach Hause gebracht, sondern in Albanien auf einer Landstraße ausgesetzt, ohne die Mittel nach Hause zu reisen. Und der hat dann die Strafklagen gemacht in Deutschland und ist auch in Straßburg ans Menschenrechtsgerichtshof gekommen, der hat entschieden, ja, bestätigt, da wurde misshandelt und gefoltert von der CIA und von Mazedonien, hat dem Entschädigung zugesprochen und die deutsche Staatsanwaltschaft hat dann, wie sie halt ihre Arbeit macht, in einem Rechtsstaat die Auslieferung von 13 CIA-Agenten verlangt. Und die Bundesregierung hat sich geweigert, die deutsche Bundesregierung, dieses Auslieferungsgesuch an die Amerikaner zu übermitteln. Und da möchte ich einfach sagen, dort geht es ja, es war offensichtlich, was geschehen ist. Es war offensichtlich, dass ein deutscher Staatsbürger gefoltert worden ist. Es wurde alles gerichtlich abgeklärt, untersucht. Und man wollte aber natürlich jetzt nicht als deutsche Regierung sich mit den Amerikanern anlegen. Wir wissen heute aus Veröffentlichungen von Wikileaks gibt es die Korrespondenz, dass die deutsche Bundesregierung von den amerikanischen Behörden unter Druck gesetzt wurde, dass da die Sicherheitszusammenarbeit zwischen den beiden Ländern leiden würde, wenn man auf der Auslieferung dieser Leute besteht. Und das möchte ich einfach sagen, da müssen wir uns einfach bewusst sein, das sind keine Einzelfälle. Letztes Jahr gab es einen großen Krypto-Skandal in der Schweiz, in der Schweizer Firma, Krypto AG, hat 20 Jahre lang gemeinsam dem BND, dem Deutschen Bundesnachrichtendienst und der CIA gehört. Im Hintergrund, das wusste einfach niemand. Und die haben die Chiffriergeräte für die Kommunikation von diplomatischen Diensten von über 100 Staaten hergestellt. Und haben das verkauft, weil es eine Schweizer Firma ist, im Krankenzug, war das vertrauenswürdig, man hat das gekauft, über 100 Staaten wurden, das waren manipulierte Geräte, abgehört vom BND und vom CIA gemeinsam während 20 Jahren. Dann hat es der Schweizer Nachrichtendienst gemerkt. Was hat er gemacht? Hat nicht die eigene Regierung informiert, sondern hat mit dem CIA Kontakt aufgenommen und sich selber ins Boot gesetzt und mitspioniert. Unsere Regierung in der Schweiz sagte, sie hätte davon nichts gewusst. Also ich bezweifle, aber lassen wir es mal so stehen. Was auf jeden Fall, was das nachweist, ist, dass hinter den Kulissen eine Parallelwelt besteht, spätestens seit 9-11 und ich möchte mir nicht mal sagen, das ist nicht eine Verschwörungstheorie. Die wollen sicher die verschiedenen Länder schützen, die eigenen Länder schützen vor Terrorismus und müssen deshalb zusammenarbeiten. Aber die Aufsicht funktioniert nicht und dann gibt es halt Auswüchse. und das ist in Schweden so, das ist natürlich Deutschland, Schweiz, überall und dass man sich dann eben nicht gegenseitig ins Gehege kommen will. Da gibt es diese Einzelfälle, das ist jetzt unangenehm, der wurde gefoltert, da müssen wir die Auslieferung verlangen, dann wird es unangenehm und dann beginnt eben der Rechtsbruch, weil die größeren Sicherheitsinteressen die Staatsräson sozusagen überhand nimmt. Deshalb sage ich, wenn der Staat zu tief involviert ist mit seinen Interessen, funktioniert der Rechtsstaat auch bei uns leider nicht. Jetzt kommen wir zu einem Problem, nämlich zum Problem der Kontrolle. Also ein Staat, der sich so selbstständig machen kann, gehört in irgendeiner Form kontrolliert. Das wäre die Aufgabe des Parlaments, könnte man sagen, eine Kontrolle zu machen, macht es nicht. Das wäre die Aufgabe der Medien, haben wir auch eher ein Problem derzeit. Das heißt, wer könnte diese Kontrolle ausüben? Einzelkämpfer, das sehen wir in den Fällen von Snowden über Assange und so weiter, kommen sozusagen in die Mühle und werden in der Mühle auch zermahlen. Es besteht also keine Möglichkeit derzeit der Kontrolle, oder? Macht braucht Kontrolle, habe ich irgendwann einmal gelernt, über den Jugendjahren. Naja, wenn man sich die klassische Gewaltenteilung anschaut, gibt es schon auch noch die Justiz. Aber die ja mitbefangen ist, sicherlich in Schweden, oder? Naja, jein, man muss sagen, in dem Fall schon, natürlich, ja. Dann bleibt nur mehr einfach der Weg zu internationalen Organisationen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist schon eine gute Anlaufstelle für alle europäischen Staaten. Also, dann gibt es eben unabhängige Experten, die natürlich dem Menschenrechtsrat und der Generalversammlung der Vereinten Nationen berichten. Und dort ist wiederum das Nadelöhr, wollen die Staaten, die derzeit im Menschenrechtsrat sind, so ein heißes Eisen anfassen. Und dort ist natürlich dann unsere, wir sind die Augen und Ohren des Menschenrechtsrats. Das sind 47 Staaten, die werden irgendwie da hineingewählt. Und wir machen das Factvereinig und so weiter. Wenn es dort irgendwie politisch opportun ist, dann wird das aufgenommen und dann kann das auch sehr effektiv sein. Dann können wir auch Sachen erreichen. Wenn die dann sagen, wir wollen das lieber nicht, weil die starken Staaten halt irgendwie ihre entsprechende Macht ausüben, dann sind wir an der Grenze angelangt. An der Grenze, die das Völkerrecht im Bereich der Menschenrechte einfach hat. Okay. Wollten Sie noch was, weil Sie das Mikrofon gehoben haben? Nee, also ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir einfach, dass genau die machtpolitischen Interessen eben doch immer noch Überhand haben, letztlich. Und das ist das, wo wir einfach anerkennen müssen, das ist die Realität. Wir haben kein rechtsstaatliches internationales System. Wir haben ein gemischtes System aus Machtpolitik und Rechtsstaat. Machtpolitik, wo es wirklich wichtig ist und Rechtsstaat, wo es nicht so wichtig ist. Also ich sage es mal ein bisschen vereinfacht. Ja, dann gehen wir mal weiter in unserem Gespräch, nämlich zum Thema generell der Folter. Das eine Bild ist aktuell, das größere oder halb aktuell, kommt aus dem Irak. Das andere Bild ist ein Bild aus dem Mittelalter, wo besonders damals Frauen gefoltert wurden, Hexengeschichten und ähnliches mehr. Warum es mir jetzt geht, ist ein bisschen mit Ihnen die Geschichte der Folter aufzuarbeiten. Warum es überhaupt zur Folter gekommen ist, welche Aufgabe eine Folter hat. Ja, Punkt. Wer möchte? Ja, also die Folter, so wie wir sie hier im Mittelalter sehen, war damals ja legitim, war legal. Also die Strafprozessordnung des Kaiser Karls V. noch, die Carolina damals, da war circa zwei Drittel der Strafprozessordnung war, wer darf wie und mit welchen Methoden gefoltert werden, weil man gesagt hat, das ist das probate Mittel der Wahrheitsfindung. Bei den Hexen war es natürlich überhaupt völlig absurd, weil eine Frau, die als Hexe beschuldigt wurde, hat überhaupt keine Chance gehabt, nämlich entweder sie hat der Folter stattgehalten, war stark genug, den Qualen zu widerstehen, dann war das der Beweis dafür, dass sie eben überirdische Kräfte hat, also eine Hexe ist. Oder sie hat unter der Folter gestanden, Hexe zu sein. In beiden Fällen ist sie verbannt worden. Das heißt also, die Absurdität damals, es war also, und das ist dann unter der Aufklärung schon, also dann letztlich als rechtliches Mittel der Wahrheitsfindung im Strafprozess ist es dann abgeschafft worden. Ich wollte das ja verpönt eigentlich heutzutage, oder? Aber abgeschafft heißt nicht, dass es sie nicht mehr gegeben hat. Das ist ein bisschen so einmal, also es hat sie natürlich immer gegeben. Im 20. Jahrhundert hat sie eine gewisse Renaissance erlebt, natürlich insbesondere in den totalitären Regimen, insbesondere Nationalsozialismus, aber unter Franco, unter Stalin und so weiter. Aber dann ist sie völkerrechtlich wirklich absolut verboten worden. Und das hat schon etwas bewirkt. In Reaktion auf den Zweiten Weltkrieg, in Reaktion auf den Nationalsozialismus wurde ein absolutes Verbot eingeführt, und zwar sowohl in Friedens- wie in Kriegszeiten, also natürlich auch im humanitären Volkerecht. Und das hat schon zu einer gewissen Zurückdrängung geführt. Aber wir wissen, dass die Franzosen in Algerien gefoltert haben, dass die Griechen in der Militärdiktatur gefoltert haben, in Lateinamerika natürlich massiv gefoltert wurde unter den nationalen Sicherheitsregimen und so weiter. Aber was ich vorher gesagt habe, die Staaten haben das immer in Abrede gestellt und deswegen ist unser Job so schwierig, weil Folter ist eine der schwierigsten, also es ist eine der schwierigsten Aufgaben, Folter nachzuweisen. Es ist immer hinter verschlossenen Türen, die Leute lügen immer, niemand gibt zu, Folterer zu sein, weil man weiß, das ist absolut verboten und verböhnt. Das heißt, man muss schon sehr, sehr detektivisch vorgehen, um wirklich Folter eindeutig mit forensischen Gutachten und so weiter feststellen zu können. Ich will nur eines noch dazu sagen, dass es einer jener Menschen, die in Abu Ghraib gefoltert wurde, die ich persönlich interviewt habe und was die, was für mich damals sehr, sehr spannend war, was sie gesagt haben, ist, das Militär, das amerikanische Militär war mit Abstand am humansten im Foltern. Dann kam die CIA und mit Abstand die brutalsten Folterer waren Angehörige privater Militärfirmen. Und wir müssen uns damals, das war ein Krieg, wo es zu einem gewissen Zeitpunkt mehr Angestellte von Black Water, CSI und wie die alle geheißen haben, der Jenny hat auch seine Hände im Spiel gehabt, waren mehr Angestellte von privaten Militärfirmen im Einsatz im Irak als amerikanische Soldaten. Die einzigen, die zur Verantwortung gezogen wurden für Abu Ghraib, waren ein paar niedrige Soldaten. Also der Friedrich und wie die alle geheißen haben, die haben kurze Haftstrafen vor amerikanischen Militärgerichten bekommen. Das waren aber die einzigen. Es ist nie irgendein CIA-Mitarbeiter für Folter verurteilt worden oder auch nur angeklagt worden, wobei wir alle, auch nach dem Senat der Vereinten Staaten hat ja dann auch eine offizielle Untersuchung durchgeführt worden, wo klar gesagt wurde, dass hier Folter systematisch war. Es wurde nie jemand zur Verantwortung gezogen und noch viel weniger Angehörige von privaten Militärfirmen. Also ich denke, was noch wichtig ist, also wenn man ins Geschichtliche zurückgeht, in der Zeit, als Folter noch obligatorisch war, als man die Wahrheit noch herbeigezwungen hat, hat man auch so noch Naturwissenschaft gemacht, nicht? Wenn jemand Kommnis gesagt hat, die Erde ist rund, dann hat man ihn gefoltert, bis er zugegeben hat, dass sie flach ist und dann waren wieder alle sich einig und so wurde Naturwissenschaft betrieben, nicht? Und dann irgendwann haben wir gemerkt, dass man Naturwissenschaft so nicht sonderlich weit kommt, dass man eben doch objektiv die Sachen untersuchen muss und dann haben wir gemerkt, ja, das sind ja Kugeln, da kann man ja hinfliegen, auf den Mond landen und so weiter. Heute haben wir die Beweise. Aber in der Strafuntersuchung sind wir weitgehend noch auf diesem Niveau stehen geblieben, wo die Erde flach ist, nicht? Und das ist genau das, was mit Folter erreicht wird. Kein Folterer glaubt, dass er mit der Folter wirklich die Wahrheit herauskriegt. Er weiß doch das, dass jedes Opfer letztlich einfach möchte, dass die Folter aufhört und alles sagen wird. Nicht unbedingt die Wahrheit, einfach etwas sagen wird, damit das aufhört. Und auch wenn er nichts weiß, wird er was erfinden, wie beim Irak-Krieg. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns wirklich nicht in den Köpfen festsetzen lassen, dieser Mythos, dass man mit Folter die Wahrheit herausbringen kann. Das ist eben gleich, wie wenn man mit Folter herausfinden will, ob die Erde rund oder flach ist. Das geht eben nicht. Das muss man anders machen. Und da gibt es, also zwischen uns gab es einen Sonderberichterstatter, der heißt heute noch natürlich Juan Mendez. Der hat in seinem letzten Bericht an die Generalversammlung, bevor das Mann hatte mich übergeben hat, hat er gefordert, dass die Staaten eine Leitlinien entwickeln zur Non-Coercive Interviewing, also Verhörmethoden, die nicht auf Zwang basieren. Genau aus diesem Grund. Und der hat jetzt die letzten sechs Jahre damit verbracht, diese Prinzipien zusammen mit großen Expertengruppen zu entwickeln. Die sind jetzt gerade veröffentlicht worden, die Mendez Principles. Also empfehle ich Ihnen das nachzuschauen. Da geht es gerade darum, eben in der Strafuntersuchung und in anderen Fact-Finding Investigative Interviews eben Methoden zu entwickeln, die wissenschaftlich sind. Und die sind ausnahmslos, muss auf Zwang verzichtet werden. Okay. Das war unser geschichtlicher Exkurs. Ich wollte damit nur ein bisschen zeigen, dass das keine Erfindung der Neuzeit ist, sondern Erfindung der Allzeit ist, die die ganze Menschheit begleitet hat. Wir kommen damit zu der Frage der Vereinten Nationen noch einmal zurück. Sie sind beide Sonderberichterstatter, wahrscheinlich steinreich, weil sie sehr viel Geld von den Vereinten Nationen bekommen, oder? Das ist ein Zero-Dollar-Job. Man bekommt nichts. Haben wir schon verstanden soweit. Warum macht man es dann? Ich wusste ja, dass ich kein Geld kriege. Aber ich wollte einfach nur wissen, warum tue ich dann das? Also warum ärgere ich mich jetzt mit den Staaten herum, wenn ich nicht einmal Geld dafür bekomme? Also kleine Anekdote. Wir haben jedes Jahr, also jetzt bei Covid, haben wir jedes Jahr ein Treffen der Sonderberichterstatter in Genf. Und da gibt es so eine Runde, da sitzen wir alle im Kreis, die Selbsthilfegruppe der Sonderberichterstatter, wo sich jeder vorstellt. Und dann wird regelmäßig festgestellt, dass wir alle die gleiche Schraube locker haben, dass wir einen Job machen, mit dem wir uns mit den fürchterlichsten Verletzungen der Menschenrechte auseinandersetzen müssen. Also nichts dafür bekommen und ständig angefeindet werden, bei jedem Bericht, den wir vorlegen. Und dass man sich dann die Frage stellt, ja wo ist denn das Problem? Warum macht man sowas? Und ich denke, hier muss man schon einen Schritt zurückgehen und sagen, es geht wirklich um große Fragen. Es geht um Gerechtigkeit, es geht darum, dass man eben mit seiner Unabhängigkeit und seiner Sichtbarkeit einen Beitrag leisten kann, den man ihm ganz selten, man hat ganz selten diese Gelegenheit. Man ist sehr oft in hierarchischen Strukturen, wo man nichts sagen kann, wenn der Chef nicht einverstanden ist und wenn man mal selbst Chef geworden ist, hat man vergessen, was es heißt, die Wahrheit zu sagen. Und deshalb finde ich, sind das ganz besonders einflussreiche Positionen und das ist wirklich, also wenn man sowas machen kann, dann ist das ein Privileg, auch wenn es nicht mit Reichtum kommt. Sie haben dafür was anderes, Sie haben gute Freunde, wahrscheinlich bei der Geheimdienste, nehme ich an, oder? Also die hören sicher mit. Herr Nowak. Ja, ich würde es ein bisschen auch historischer angehen. Die Menschenrechte international sind eine Revolution auf den Zweiten Weltkrieg und Holocaust und so weiter, aber sie sind immer gesehen worden als ein Eingriff in die staatliche Souveränität. Deswegen war von Anfang an das eher was zwischen den Staaten, da gab es so Staatenbeschwerden und so weiter, aber es war auf der diplomatischen, auf der staatlichen Ebene und es war eigentlich erst in den 60er, 70er und vor allem 80er Jahren, dass durchgesetzt wurde, dass es eben nicht nur die Staaten sind, die einander halt jetzt beschuldigen und so, sondern dass unabhängige Experten und Expertinnen beigezogen werden. Und das war ein Riesen, ein Riesen Vorsprung, oder nicht Vorsprung, ein Riesen Fortschritt damals. Und wenn man sich heute das wichtigste Gremium der Vereinten Nationen ansieht, dann sitzen zwar da die Staaten drinnen, das sind die, die wirklich entscheiden, aber Non-Governmental Organizations, also die Zivilgesellschaft, spielt eine ganz wichtige Rolle, weil die setzen die Agenda. Also wenn Amnesty oder die Human Rights Watch dort reden, dann sind die Delegierten da und hören zu. Wenn der österreichische Botschafter oder die Botschafterin redet, dann gehen die meisten auf einen Kaffee oder so. Also es zeigt, wenn die Amerikaner reden, dann ist das auch wiederum wichtig. Und das Dritte in diesen drei Gestirn sind diese unabhängigen Expertinnen. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir diese Funktion weiterhin haben können. Wir werden eh massiv unter Druck gesetzt von allen Seiten, aber trotzdem diese Unabhängigkeit zu haben, um Fact-Finding zu betreiben. Und ich muss sagen, es ist zwar wahnsinnig anstrengend, ich habe circa 70 Prozent meiner Zeit und nachdem man nichts verdient, muss man halt irgendwo sonst versuchen, was zu verdienen. Das heißt, an einer Universität geht das, meistens an einer Privatuniversität, das ist schon schwieriger. die sagen, du sollst nicht kostenlos für die Vereinten Nationen arbeiten, sondern für uns. An der Uni Wien ging das. Und ich habe einfach wahnsinnig viel gelernt, was wiederum dann auch in meine Lehr- und Forschungstätigkeit einfließt. Das heißt, die Uni profitiert letztlich auch davon, dass sie mich faktisch freistellt für die Zeit als Sonderberichterstatter. Aber es ist schon auch etwas, man hat schon auch das Gefühl, ich habe viele Fact-Finding-Missions für nicht-staatliche Organisationen gemacht. Das ist auch interessant, ist wichtig, da gab es dann einen Bericht. Aber wenn es doch ein Bericht eines UNO-Sonderberichterstatters ist, der hat einfach mehr Gewicht. Das nehmen die Staaten einfach wirklich wichtiger und in vielen Fragen haben wir auch etwas bewegt. Also wir haben Leute frei bekommen, wir haben Leute, die dann nicht mehr gefoltert wurden. Wir haben ganze, ich meine, die Todesstrafe wurde abgeschafft in verschiedenen Ländern, letztlich aufgrund von unseren Empfehlungen am Ende einer Mission, die Gefängnisbedingungen in vielen Staaten sind deutlich verbessert worden und so weiter. Also es ist nicht so, dass man, man kann schon was bewirken. Das ist immer so ein bisschen eine Gratwanderung zwischen menschenrechtlicher Diplomatie und auch sich doch dann einmal sehr, sehr deutlich auf die Hinterbeine stellen und sagen, so geht es einfach nicht. Das heißt, selbst wenn der Menschenrechtsrat einem dann in den Stich lässt, trotzdem die Staaten reagieren schon, weil immer noch, also wenn man einem Staat vorwirft, dass dort massiv gefoltert wird, dann ist das für die Reputation des Staates nicht besonders gut. Und sehr oft kann das dann auch was verändern, gemeinsam mit der Zivilgesellschaft, gemeinsam mit anderen, dass man doch ein bisschen was bewegen kann. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum wir uns das antun. Außer bei britischen RichterInnen, oder? Denen ist das wurscht, was Sie sagen. Ja, wissen Sie, ich glaube, bei allen Großmächten und ich sage mal groß, auf jeden Fall allen permanenten Mitgliedern des Sicherheitsrates, die wissen natürlich, sie haben eine Veto-Macht, die müssen sich nicht beugen, weil es völkerrechtlich einfach nichts gibt, was man... Keine Sanktionen. Ja, es gibt keine Sanktionen. Rechtlich gibt es keine Möglichkeiten. Also deshalb ist auch dieses System, denke ich, kann nur funktionieren, wenn diese permanenten Mitglieder der Sicherheitsrate sich dann auch an diese Normen halten. Wenn sie es nicht mehr tun, dann ist das System eigentlich schon unterminiert. Eine andere Möglichkeit, außer die Vereinten Nationen, ist der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der nur dann angerufen werden kann, wenn ein nationales Gericht ein endgültiges Urteil gefällt hat, was dieses ganze Gericht, nämlich die Menschenrechte wieder einschränkt, nicht? Weil wenn ich warten muss in der Türkei, bis die Türkei ein endgültiges Urteil gemacht hat, werde ich vermutlich meinen Freispruch nicht mehr erleben. Naja, ich glaube nur, dass das ein wesentliches Prinzip ist. Ich glaube, dass die Staaten haben die primäre Verantwortung, Menschenrechte zu denen sie sich, zu deren Einhaltung sie sich international verpflichtet haben, auch wirklich umzusetzen. Und in einem halbwegs funktionierenden Rechtsstaat, und dazu zähle ich auch einmal Österreich, glaube ich, sind, ich weiß es jetzt nicht, 90 Prozent oder so aller Fälle, wo sich Leute über Menschenrechtsverletzungen beschweren, bis hinauf zum Verfassungsgerichtshof, wird das auch entsprechend behandelt und die Leute bekommen Recht. Aber in denjenigen Fällen, wo sie halt dann trotz Erschöpfung des Instanzenzugs das Gefühl haben, mir wurde weiterhin Unrecht getan, können sie sich direkt, und das ist schon ganz wesentlich, früher gab es die Kommission dazwischen, direkt, das sind immerhin mehr als 800 Millionen Menschen, die im Europarat wohnen, das sind 47 Staaten, da gehört auch Russland dazu, und die Türkei und so weiter. Also Baidschan gehört auch dazu. Also Baidschan, die können sich direkt an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wenden. Was wichtig ist, solange das ein westeuropäisches eine Organisation war, also bis 1989, 90, gab es fast keine Fälle, wo der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte einen Fall der Verletzung des Folterverbots festgestellt hat. Das war damals, wie in Griechenland massiv gefoltert wurde, und dann gab es einmal einen Fall in Frankreich und so weiter, aber ganz wenige Fälle. Wenn ich mir heute ansehe, die Statistik des Europäischen Gerichtshofs, dann sind es, ich habe es nicht die genauen, aber circa 15 Prozent der Fälle, in denen der Gerichtshof eine Verletzung von Menschenrechten feststellt, sind Artikel 3, und das ist das Verbot der Folter und anderer Formen unmenschlicher und erniedriger Behandlung und Bestrafung. Und das zeigt schon für mich, natürlich sind es jetzt andere Staaten, es sind primär die Russische Föderation, es ist die Ukraine, es ist die Türkei, Moldawien und so weiter, aber trotzdem, dass es so ein großer Anteil von Fällen ist, auch das Recht auf Leben wird viel, viel häufiger verletzt heute, zeigt, dass die Gravität der Menschenrechtsverletzungen heute viel, viel schwerer geworden ist, als sie in den 70er, 80er Jahren war. Wir haben eine dramatische Verschlechterung weltweit, oder bleiben wir mal in Europa? Naja. Wenn ich mir den Daphne, also wenn ich Walter mir anschaue, wenn ich mir die Slowakei anschaue. Also wenn ich mir, ja, das schon, wenn ich mir auch anschaue, wie ernst werden die Urteile des Gerichtshofs genommen? Also wenn Österreich verurteilt wurde, die waren auch sauer, wir haben zweimal die Verfassung sogar geändert, wie das Rundfunkmonopol zum Beispiel aufgehoben wurde, oder einfach unsere Verwaltungsgerichtsbarkeit hat einfach nicht funktioniert in dem Sinn, mussten wir die Verfassung ändern. Aber wir haben es getan. Staaten wie die russische Föderation zahlen vielleicht gerade noch die Entschädigung, aber wirklich die strukturellen Änderungen, die der Gerichtshof erzwingen will, die kommen einfach nicht. Und auch die Türkei, also das heißt schon eine stärkere Geringschätzung auch des Gerichtshofs und das ist schon ein großes Problem. Ja, die Türkei hat ja beim Yussel gesagt, bei Dennis Yussel, ist mir wurscht, was ihr sagt. Und bei Malta sehen wir, dass wir überhaupt nicht weiterkommen und ein weiterer Problemfall ist auch, wenn wir im Westen bleiben, Spanien, nicht, mit seiner Rechtsstruktur. Mit den Pushbacks. Genau. Das und ich denke, was auch noch wichtig ist, dass wir das realistisch sehen, nicht, dass etwa 98 Prozent der Beschwerden ans Gericht werden aus formellen Gründen schon mal abgewiesen. Nicht, weil sie nicht berechtigt wären, sondern weil natürlich die Mittel gar nicht da sind. Das dürfte der faktische Hintergrund sein. Also die Staaten haben auch dort, wie sie bei unseren Mandaten natürlich immer schauen, dass wir nicht zu viel Geld haben, sonst könnten wir ja noch was bewirken. So wird das beim Gericht natürlich auch gemacht. Die Mittel des Gerichtes sind begrenzt. Die haben ja hunderte, wenn nicht tausende von Fällen, die da noch in der Warteschlange sind. Da wird natürlich auch an den Ressourcenschrauben gedreht, weil es sind ja die Staaten, die dieses Budget zur Verfügung stellen müssen. Das sind die Staaten, die dann vom Gericht überwacht werden sollen. Und deshalb ist es auch, wenn ich es nicht runterspielen möchte, also die Rechtsprechung, das gerade das Straßburger Gericht ist unglaublich wichtig im Standard-Setting. Aber trotzdem werden natürlich ganz viele Fälle, werden überhaupt nicht beurteilt, die sehr wichtig wären. und es bleibt vielleicht jetzt auch bei gröberen Fällen von sehr groben Menschenrechtsverletzungen und andere, sagen wir jetzt so, arbeitsrechtliche Fälle, wo ganz klar letztlich Menschenrechte verletzt wurden, die kommen gar nicht zur Bearbeitung. Okay, dann haben wir den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte auch abgefeiert. Es wird auch immer die Frage gestellt, warum eigentlich bei Assange nichts passiert in Richtung Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte. Also ich möchte ganz klarstellen, ich bin natürlich nicht der Anwalt von Assange und ich kann auch nicht für sein Anwälteteam sprechen und der hat einige Anwälte. Ich denke schon, dass hier sehr komplexe Fragen sich stellen. Ich würde sagen, also persönlich denke ich bei aller Unzuverlässigkeit, sogar der Rechtsprechung, ich denke, ich gehe davon aus, dass das Straßburger Gericht die Auslieferung von Assange in die USA niemals gutheißen würde und dass sich die Briten und die Amerikaner dessen auch bewusst sind, also dass die Briten dann wirklich ganz offen das Gericht einfach nicht respektieren würden. Sind sie dazu bereit oder nicht, das glaube ich nicht. Deshalb denke ich, auch das, was wir im Moment sehen, ist diese Endlosschlaufe, wo dieses Prozedere unendlos in die Länge gezogen wird um seine Auslieferung und er da ständig im Gefängnis bleibt und so weiter, dass das den Behörden vielleicht lieber ist, als dann möglichst schnell nach Straßburg zu kommen, wo das dann abgelehnt würde. Und es muss natürlich, es ist ja noch ein Verfahren anhängig und das heißt, das muss abgewartet werden, sonst würde der Europäische Gerichtshof wiederum die Klage zurück oder die Beschwerde zurückweisen, weil er sagt, innerstaatliche Instanzenzug ist nicht ausgeschöpft und das dauert einfach wahnsinnig viel zu lang, dafür dass er ja auch in Haft ist. Eigentlich dürfte er nicht mehr in Haft sein. Aber sobald die endgültige Entscheidung ist und sollte die gegen ihn ausgehen, bin ich sicher, dass die Anwälte dann den Fall vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte bringen werden. Und da bin ich bei deiner Einschätzung, kann ich mir nicht vorstellen, dass der EGMR einer Auslieferung an die Vereinigten Staaten unter diesen Bedingungen zustimmen würde. Also insofern bleibe ich da schon optimistisch. Okay. Herr Melzer, Sie haben ein Buch geschrieben. Wir werden nachher, nach einer kurzen Pause, eine Buchpräsentation machen, ganz kurz und darüber reden. Ganz kurz, nur in diesem Fall, warum? Warum das Buch? Na selbstverständlich. Warum schreibt man ein Buch? Ich glaube, ich werde es nach der Pause erklären. Lassen wir das jetzt weg? Ja. Okay. Dann gibt es, wir sind eh ein bisschen in Zeitnot geraten, weil wir uns zu sehr über die Geschichte ausgelassen haben. Es gibt eine Genfer, einen Genfer Appell für das Vordegere Freilassen von Lian Sange. Diese Veranstaltung wird ja mit dem Schweizer Presseclub, zumindest kooperativ, durchgeführt. Wir ersuchen, der österreichische Journalistenclub ersucht, alle Österreicherinnen und Österreicher, diese Resolution zu unterschreiben. Sie ist online erreichbar. Sie haben den QR-Code, bekommen Sie da, können das draußen machen. Wir wollen aus diesem Genfer Appell einen europäischen Appell machen. Das ist der Sinn der ganzen Geschichte. Und das wurde auch sozusagen über den Herrn Melzer an uns herangetragen. Und wir bitten Sie, diese Resolution zu Hause in Ruhe zu unterschreiben. Sie ist irrsinnig lang, drei Seiten. Ich habe noch nie so eine lange Resolution gesehen, aber das ist wahrscheinlich ein bisschen schwitzerisch und das gehört dazu. Wir unterstützen das trotzdem und wollen keine eigene Resolution machen, haben wir innerhalb der Länder besprochen, sondern wir werden diese Genfer Konvention versuchen, europaweit zu unterstützen. Das dazu. Herr Melzer, ich bedanke Ihnen. Ich bedanke mich bei Ihnen. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Nowak. Ich freue mich, zwei Menschenrechtsexperten an einem Tisch gehabt zu haben. Es war nicht so leicht, das zu koordinieren. Und außerdem hat Corona mitgespielt, dass Sie herkommen konnten. Vielen Dank. Damit ist dieser erste Teil der Veranstaltung beendet. Ich verabschiede mich auch für den Zusehern von Okto.